Ja Leute, was geht? Hier bin ich mal wieder, Erik vom Game Freaks Kanal. Und so zum zweiten Video von Trials Fusion, was es immer noch kostenlos für die PS4 gibt. Die erste Folge ist jetzt nun schon keine Ahnung wie lange draußen, weil ich jetzt knapp drei Stunden, nachdem ich die erste Folge gemacht habe, jetzt gerade die Folge mache. Ja, eindeutig keine Hobbys. Nee, ich wollte jetzt einfach nur schon zwei Folgen machen und später noch, wahrscheinlich noch eine machen. Um ein bisschen vorzuproduzieren, falls es irgendwie mal ein bisschen kritisch wird. Aber an manchen Tagen, wo ich nichts aufnehmen könnte vielleicht. Auf jeden Fall wird diese Folge diese Woche noch erscheinen. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich am Samstag. Ich glaube, die werde ich für Samstag einplanen, die Folge hier. Also habt ihr vor ein paar Tagen das gesehen, vor drei. Vor drei Tagen habt ihr Folge einzusehen. Auf jeden Fall, wenn ihr das geseht, habe ich höchstwahrscheinlich schon Dying Light hochgeladen. Ja. Also, vielleicht zwei, drei Folgen Dying Light. Wahrscheinlich werden Dave und ich, keine Ahnung, drei, vier Stunden spielen und dafür werde ich wahrscheinlich 20, 30 Minuten Parts immer nur hochladen. Und am Ende kommt da vielleicht jetzt beim Anfang zwei, drei Folgen und dann halt eben immer wöchentlich einer. Oder alle zwei Tage, keine Ahnung. Und das werde ich nachher mit Dave absprechen, höchstwahrscheinlich. Aber, das seht ihr dann, das hört ihr dann schon nachher. Das hört ihr dann schon vor dem Video hier. Vor dem Video hört ihr das ja. Dass dieses Video am Samstag um 19 Uhr hochkommt. Und ich höchstwahrscheinlich, ähm, wie soll man, Dying Light, so schnell wie es geht, hochlade. Egal, ob es um eins oder früh am Morgen sechs ist oder so. Sobald es klappt, werde ich es hochladen. Und das hier ist auch ein relativ kurzes Video jetzt nur, weil ich habe nur die letzten paar Rennen gemacht, um jetzt das Ding komplett zu verenden. Und ich werde höchstwahrscheinlich immer ein komplettes, ähm, Teil durchspielen. Da gibt es auch schließlich verschiedene Maps. Und ich werde immer eine komplette, sozusagen, Map-Reihe vorspielen. Und dann werde ich zu dem nächsten gehen. Ich versuche auch alles immer auf Gold zu spielen. Deswegen entstehen immer sehr, sehr viele Fades. Weil ich habe wahrscheinlich insgesamt jetzt schon an, ich weiß gar nicht, schon so knapp eine Dreiviertelstunde an Videomaterial habe ich. Obwohl am Ende jetzt wahrscheinlich nur ungefähr 10, 12 Minuten hier hochgeladen sind. Deswegen habe ich schon gesagt, wenn ihr gerne ein Fail-Video sehen möchtet, dann könnt ihr es anhand einem Like zeigen. Oder natürlich, anhand eines Kommentars. Wenn Dave mich überredet, werde ich es wahrscheinlich auch ohne hochladen. Aber, wie gesagt, damit, darüber rede ich erst nachher mit Dave. So ungefähr, so drei, vier Stunden. Und das erste Video ist jetzt schon fertig. Ich werde es jetzt gleich hochladen. Um knapp 16 Uhr werde ich es ansetzen. Und das hier bin ich gerade am Bearbeiten. Weil es macht mir einfach Spaß, so etwas zu bearbeiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr sowas seht. Ob ihr euch vorstellen könntet, sowas zu tun. Aber ich kann auf jeden Fall nur sagen, es macht Spaß, wenn man weiß, wie. Und für das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, habe ich so scheiße lange gebraucht. Ich habe gedacht, wie geht das? Ich habe mir ein Video angeguckt, weil ich so dumm bin. Aber egal. Ich sage jetzt schon mal, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Genießt die weiteren Videos, die von uns kommen. Abonniert den Kanal, liked und was sonst noch so alles. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.